Ach scheiße. Ähm ja. Soviel dazu. Also hier hat uns gerade ein Creeper noch in den Boden gerissen. Auch in unsere schöne Treppe. Und Cola haben wir jetzt auch gefunden. Warum müssen da mal Creeper sein ey? Nein, die können uns jetzt auch gerade nicht viel anhaben, wenn wir weit genug weg sind. Aber wir explodieren die eigentlich immer. Naja. Explosiv, diese Creeper. Ähm so, da kommt was hin, da kommt was hin. Hier wollen wir gerade mal nochmal dicht hin machen. Und hier wollen wir gerade mal hoch. Und sehen, dass es ja gleich zu Ende ist. Bitte lass es gleich zu Ende sein. Bitte lass es gleich zu Ende sein. Oder ein Ausgang, das wäre auch nicht schlecht. Wenn wir raus kämen. Ne, dafür haben wir noch mehr Pilze gefunden. Noch mehr Pilze. Mensch, alles voller Pilze. Und Lapislazuli. Können wir auch nicht mehr. Erkommen. Ähm, verrottetes Fleisch wollten wir wegschmeißen. So. Äh, hatten wir aber schon. Jetzt machen wir mal das. So. Das war auch sehr schlau. Ach, hier sind wir wieder. Ach, ach, guck mal. So. Wunderbar, so. Ähm. Bin ich doch gerade noch... Ich facke das erstmal aus hier. Wahrscheinlich noch 10.000 mal Eisen. Super, wie. Der kommt da nicht durch. Aber der wird gleich explodieren wahrscheinlich. Wollen wir nicht aufpassen. Licht. Schwarzpulver. Können wir uns TNT draus machen. Was macht man denn mit TNT? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So. Andere Schuhe. Wollen wir eigentlich verbrauchen noch. Vorher. Dann sind wir wenigstens das los. Ach, man kann ja auch blocken. Ach, ich mach dieses Blocken nie. Aber ich glaub, beim Skelett bringt das noch nicht viel. Das wäre weg schon. So. Äh, da oben ist ein Pfeil drin. Ja. So. Ein Eisen. Oh, wow. So viel. Mensch. Ähm. Da haben wir ja richtig reiche Ausbeute hier. Hier irgendwo war noch Eisen. Da. Auch wieder. Ach, zwei Eisen. Ach, vier Eisen. Ach, fünf Eisen. Ach, sechs Eisen. So. Okay. Jetzt haben wir auch wieder Eisen. Dann können wir ja wieder gehen. Äh, zum Beispiel nach, äh, Frankreich. Nee, ich kann nicht Dialekt. Ich kann diesen französischen Akzent nicht. Nach Frankreich? Nee. Nee. Klingt scheiße. So. Oh, Mr. Anderson. Schön, Sie zu sehen. Mr. Anderson. Nein, Mr. Anderson. So geht das aber nicht. Wo ist, wo sind Sie, Mr. Anderson? Da. Ach, Mr. Jetzt hat er sich wieder weg-teleportiert, der Mr. Anderson. Hallo? Komm zu mir, Mr. Anderson. Sie können nicht weglaufen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Stopp. Ach, scheiße. Nein. Ah, nein. Ah, nein. Ach, da bin ich doch nie wieder zurück. Oh, scheiße. Ach, Mist. Bin ich doch nie wieder so schnell zurück, oder? Komm, wir probieren es einfach mal. So zum Beispiel nicht. Oh Gott. Bitte lass es in fünf Minuten machbar sein. Bitte lass mich mich nicht verlaufen, ey. Ach, hier runter, so. Bitte lass hier keine Monster sein. Ähm, so, jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt kommen wir hier runter. Und dann ging es wo lang? Ging es erst mal hier runter, so. Hier runter. Da sind wir runter, nicht. Nee, da sind wir nicht runter, ne? Hier sind wir, glaube ich, lang. Ach, was haben wir denn hier? Ach, hier waren wir, oder? Hier sind... Oh, ich hab's geschafft, ey. Bin ich nicht gut. Hier sind all unsere Sachen wieder. Und das auch noch rechtzeitig mit. Wie hab ich denn das hingekriegt? So. Hat uns dieser Enderman erschlagen. Gibt's denn sowas? Hab ich auch nicht gehabt. Noch nicht. Von Enderman getötet. Mr. Anderson. Aus der Matrix. So. Äh, erstmal hier die ganzen Sachen anlegen. Das ist auch schon alles ein bisschen kaputt. So. Und was haben wir hier noch? Gold? Da müssen noch mehr liegen, oder? Hier liegt doch noch... Stehen noch mehr? Ja, ich weiß, wo es wieder zurück geht. Ach, Mist, das hab ich jetzt, glaube ich, auch wieder vergessen, ne? Hier oben irgendwie ging's lang. Wo ist Mr. Anderson? Ich muss hier so ne, äh, äh, Sterbemusik einspielen hier. So ein Game-Over-Musik. Äh, von da oben sind wir, glaube ich, nicht gekommen, oder? Doch. Vermutlich eher als von hier. Ne, oder? Hier sind wir doch auch nicht. Wo sind wir denn gekommen, ey? Von da hinten. Ach, da. Da, 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 da. Hier. Hier, so. Was haben wir denn noch? Gold haben wir noch. Eisen haben wir noch. Ja, das... Redstone haben wir noch. Lapislazuli haben wir noch. Und ein Schleimball. Das ist doch auch schon mal das Wichtigste haben wir noch. So. Ich hab jetzt nie gedacht, dass ich das hier noch rechtzeitig finde. Und dass ich auch noch so den Rückweg finde durch Cheaten. Äh, durch Sterben. Nicht durch Cheaten. Der Sterbe-Cheat. So. Und wir haben unsere ganzen Level verloren. Was waren wir denn? Level 30 oder so? Ach, ist ja auch egal. Wir haben ja eh nichts zum Verzaubern. Bis dahin wären wir auch wieder Level 30. Oh, nur das haben wir auch noch, Mensch. Das, das. Das, das, das. Rein. Kies wollte ich eigentlich wieder mitnehmen. Und die 23 Cobblestone und Fichtenholzbretter. Eigentlich müsste ich alles mit nach oben nehmen, weil ich hier die Truhe in die Truhe, den Steinschwert. Oh Gott. Entschuldigung. Musste ich husten. Au. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. So. Ähm. Ja. Also jetzt sind wir schon wieder zurück. Ähm. Wir haben, glaube ich, schon über zwei Stunden gespielt oder so. Ich weiß das gar nicht. Da ist noch Kohle drin. Da ist noch das drin. Das. Ich packe erst mal alles rein, was mir gerade einfällt. So eine Spitzhacke sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das reinpacken. Das kann rein. Schwert haben wir. Jetzt haben wir unser Schwert kaputt gemacht. An dem Enderman. So. Redstone haben wir. Oh. So viel Redstone. Und so viel Lapislazuli. So. Ja. Hm. Blöd. Was können wir denn jetzt machen? Ohne. Ähm. Von diesem Schock haben wir uns noch nicht erholt. So. Äh. Äh. Ich würde mal sagen, ich kann nur nachts schlafen. Wie sieht es denn aus draußen? Ich mach mal. Ich mach mal was zu essen mit hier. Ach da hab ich ja was. So. Bisschen Kies. Bisschen Pflasterstein. Und ich nehm mal einfach alles mal mit. Und äh. Bring das mal wieder an die Oberfläche. Auch die Truhe hier. Äh. Spinnenauge. Brauchen wir gerade nicht. Pilze nehmen wir mit. Fäden nehmen wir mit. Weizen nehmen wir mit. Schleimball nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Erde nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Knochen können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Die Schere. Den Eimer. Das Steinschwert können wir hier lassen. Das, das. Das mit. Spinnenauge. Kohle mitnehmen. Steak nehmen wir mit. Schwarzpulver nehmen wir mit. Und jetzt haben wir hier noch. Ach das. Können wir eigentlich hier lassen. So. Ich hoffe jetzt wird es nicht draußen. Wie sieht es denn jetzt aus? Ne. Immer noch nicht. Ja. Gut. Okay. Also hier können wir jetzt erstmal wieder hoch gehen. Ich hoffe das uns hier nichts überrascht gerade. Ähm. Und dann gucken wir mal. Ja. Hab ich so viele Folgen jetzt gemacht auf einmal. Dann hab ich für die ganze Woche. Brauche ich schon wieder nicht spielen. Kann ich schon wieder nicht spielen. Eigentlich will ich ja eigentlich. Oh ne. So ist das ja nicht. Ist ja nicht so, dass ich gar nicht spiele. Wo muss ich denn jetzt hier? Ach hier ging es hoch. Genau. So wetten jetzt ist gleich draußen Nacht. Das ist doch immer so. Da geht man raus. Dann wird es Nacht. Ne. Oder? Sonnenuntergang. Na? Sonnenuntergang. Sonnenuntergang. Sieht so aus ein bisschen. Ne. Ne. Ja. Das sieht so ein bisschen so aus. Ne. Ja. Dann würde ich sagen. Wir. Oh. Der Weizen ist fertig. Wir gucken mal. Dass wir hier in unser. Oh. Ist in die Tür auch. Dass wir in unser Haus reinkommen. Wir machen hier mal irgendwie die Kiste hin. Diese. Truhe. Kann man die. Kann man die jetzt übereinander machen? Ne. Ja. Geht. Das ist jetzt ein bisschen platzspaner. So. War da noch eine Kiste. Da können wir jetzt erstmal alles. Ich lege jetzt erstmal alles rein. Und nehme dann das mit. Was ich nachher noch brauche. So. Hm. Okay. Schlecht. Ähm. Nehmen wir das rein. Die. Die. Cobblestones können. Ofen eigentlich schon. Da ist noch Eisen drin. Ich habe auch schon wieder EP gekriegt. Da ist noch Eisen drin. Shift. So. Ähm. Da ist noch mehr. Ne. Das ist Kies. Hier sind noch Samen. Äh. Wie sieht es jetzt draußen? Ne. Okay. Dann gehe ich mal erstmal schlafen. Magugan wurde von Endermen erschlagen. So ein Mist. So. Ähm. Jetzt pflanzen wir hier noch ein bisschen. Äh. Zwei neue. Hier. Hauen das mal ab. So. 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 Wie viele Samen haben wir jetzt? Zehn Samen. Ne. Mehr. Elf. Jetzt noch elf. Okay. Machen wir es mal so. 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 Ja. Dann würde ich sagen. Hier. Packen mal das Weizen. Ist auch noch Weizen. Ne. Ja. Das Weizen hier rein. So. Den Cobblestone hier rein. Äh. Und dann würde ich sagen. Wir beenden mal die Aufnahme. Oder ich beende mal die Aufnahme. Und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich mal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö.